Einer der besten Wege, ein in Gott ruhender, vertrauensvoller und friedfertiger Mensch zu werden, ist einfach, da zu sein. Wir leben in einer Welt, wo die Menschen immer häufiger abwesend sind. Sie müssen präsent sein. Seien Sie da mit Ihrem Essen. Seien Sie da für Ihre Freunde. Seien Sie im Gottesdienst präsent. Seien Sie bei Ihrer Musik oder bei Ihren Hobbys präsent. Bleiben Sie nicht gedanklich bei Ihren Sorgen von gestern. Und haben Sie keine Angst davor, was morgen passieren wird. Seien Sie im Hier und Jetzt präsent. Gott hat Ihr gestern erlöst und Ihr Morgen schon geplant und das ist sehr gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Seien Sie jetzt da, wo Sie sind. Seien Sie ganz da und sehen Sie zu, wie Freude und Frieden in Ihrem Leben zunehmen werden. Vertrauen Sie Gott Ihr Morgen an. Sie brauchen sich keine Sorgen darum zu machen. Seien Sie wirklich präsent bei Ihren Freunden, bei Ihrer Familie, bei Ihrem Partner. Und wenn Sie feststellen, dass Sie immer wieder in unterschiedliche Richtungen gezogen werden, dann sagen Sie sich, ich kann alles Gott anvertrauen. Ich kann Gott mein Morgen anvertrauen und jetzt voll und ganz bei meinen Freunden und meiner Familie sein. Sie können kein Leiter und auch kein Heiler sein, wenn Sie nicht wirklich bei den Leuten sind, die Sie leiten oder heilen möchten. Das war eine Lektion, die zu lernen mich viel Zeit gekostet hat. Hier bin ich und denke ständig über die Zukunft nach und die Ziele, die ich erreichen möchte. Sehr häufig habe ich mir nicht die Zeit genommen, wirklich bei den Leuten zu sein, die mir gefolgt sind. Denken Sie daran, wenn Sie als Leiter etwas von Menschen abheben möchten, dann müssen Sie zuerst in sie investieren. Als junger Leiter habe ich das nicht verstanden. Häufig war ich so sehr auf meine Vision fixiert, dass ich dachte, ich würde all diese Leute führen, aber in Wirklichkeit machte ich nur einen Spaziergang. Warum? Weil ich nicht wirklich präsent bei den Leuten war, die mir folgten. Wenn Sie ein Leiter sein wollen, müssen Sie für die Leute präsent sein. Wenn Sie ein Heiler sein wollen, müssen Sie für die Leute präsent sein. Seien Sie da für die Menschen, die Sie lieben. Sie wollen, dass Sie da sind. Seien Sie nicht irgendwo anders. Seien Sie bei den Menschen, die Sie lieben. Essen Sie mit ihnen oder hören Sie zusammen Musik oder beten Sie mit ihnen. Und wenn Sie das tun, dann seien Sie wirklich präsent. Sie müssen sich keine Sorgen um morgen machen. Sie müssen sich keine Gedanken über all die Dinge machen, die passieren könnten. Vertrauen Sie diese Dinge Gott an. Er ist treu. Sie können Leben im Hier und Jetzt sein. Kann ich ein Amen hören? Amen.